Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Wir möchten euch heute gerne weitere nützliche Übungen zeigen, mit denen ihr eure Leistungsfähigkeit beim Laufen erhöhen könnt. Mit diesen Übungen könnt ihr nicht nur muskuläre Dysbalancen ausgleichen, ihr stabilisiert auch besser eure Gelenke und könnt darüber hinaus auch Überlastungsbeschwerden vorbeugen. Ein weiteres Trainingsgerät, das jeder Läufer sehr effektiv in seine Funktionsgymnastik einbauen kann, ist das sogenannte Terraband. Je nach Hersteller gibt es verschiedene Farben mit unterschiedlichen Wirkungsgraden. Anne von Medikos und ich zeigen euch jetzt gemeinsam eine Übung zur Kräftigung der Schulterblattmuskulatur. Die braucht ihr, um gerade bei langen Läufen euren Oberkörper gerade zu halten und eure Atemfunktion sicherzustellen. Ein Tipp zur Benutzung des Terrabandes, haltet das Band nicht, indem ihr eine Faust macht, sondern haltet die Finger gespreizt, legt das Band einmal um die Hand herum und das Band hält so die Spannung, wenn ihr es benutzt. Macht die Übung entweder zu zweit oder hängt das Band zum Beispiel in einer Türklinke ein, was ich jetzt gerade simuliere. Die Ausgangsposition ist zunächst eine lockere Schrittstellung mit leicht gebeugten Knien und der hintere Fuß wird quergestellt. Und aus dieser Position heraus zieht Anne jetzt die Hände nach hinten unten und dreht dabei die Arme in Außenrotation. Die schwerere, aber auch effektivere Variante ist, die Arme im Wechsel diagonal nach hinten zu bewegen. Eine weitere Erhöhung des Schwierigkeitsgrad besteht darin, die Übung im Einbeinstand durchzuführen. Achtet dabei darauf, dass das Nachhintenziehen der Arme mit einer leichten Kniestreckung verbunden wird. Noch schwieriger, aber natürlich auch noch effektiver wird diese Übung, wenn wiederum die Arme diagonal gezogen werden. Tja, und der ganz große Sport besteht darin, diese Übung auf dem Balance Pad oder auf dem Therapiekreisel durchzuführen. Auch hier gilt wieder, die Qualität der Bewegung ist viel wichtiger als die Anzahl der Wiederholungen. Achtet hier zum Beispiel darauf, dass sich das Kniegelenk beim Beugen und Strecken auf einer Linie zwischen Sprunggelenk und Hüftgelenk befindet. Kniegelenk. 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 Kniegelenk.